Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben hier endlich mal wieder zu einer neuen Rennstrecke. Eigentlich sollte ja jetzt das Fairgrove Championat folgen. Aber ich bin bislang noch nicht dazu gekommen, es genau aufzunehmen zu dem Zeitpunkt, wo es halt immer stattfindet. Deswegen machen wir heute mit Frau Mois Polebending Apokalypse weiter. Und passend dazu habe ich mir Summer Spirit gesattelt im Western Outfit, auch wenn er schon ausgelevelt ist. Bei diesem Rennen hier finde ich, ist weniger manchmal mehr. Also man sollte ein bisschen aufpassen, hier kann man erst, wo es gerade ausgeht, kann man richtig abgasen, quasi richtig die Sau rauslassen. Hier empfehle ich in Schritt oder maximal in den Trab zu gehen, um rumzukommen. Auch hier ruhig ein bisschen abbremsen, nicht unbedingt im vollen Galopp drumherum. Upsala. Ganz stehen bleiben sollt ihr natürlich trotzdem nicht. So, möglichst eng immer an den Stangen rum. So, und wieder zurück. Und dann war es das auch schon. Es ist eine sehr kurze Strecke, aber sie hat es in sich. Okay, ihr Lieben. Wie gesagt, bei dieser Strecke gilt es sich wirklich zu merken, weniger ist manchmal mehr. Es bringt nichts, wenn ihr hier um die Kurven rast und dann in eine Stange reinrutscht und es von vorne machen müsst. Oder hier hinten in den Abgrund runterstürzt. Nehmt euch lieber ein bisschen Zeit und fuchst euch da mit der Zeit rein. Dann geht es auch irgendwann ein bisschen schneller. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen wieder. Bis dann! 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 Bis dann!